Yo, meine kleinen Schavalos, was geht ab? Heute spielen wir mal ein bisschen Gruppenkalle mit Don Luis. Schauen wir mal, ob wir heute die 30K-Bomb schaffen, oder? Jeder von uns. Der war gut, gell? Der war gut. Was meinst du? Schaffen wir mehr als zwei Abschüsse? Meinst du ja okay. Sag mal hallo so den Leuten. Was? Okay. Du bist aber nett. Ja, aber das sind meistens nur so 40 Leute da, das geht ja ein bisschen schlecht. Obwohl, ich müsste dann alle immer, ne, das kriegen wir nicht. Eine Milliarde schaffen wir nicht. Vielleicht schaffen wir eine Million Kills. 140? 140 Kills? Hm? Wir können es probieren. Komm, wir probieren es mal. Aber als erstes, ich muss jetzt mal was hinschmieren. Mehr habe ich nämlich nicht drauf, wie ihr seht. Ich bin ja voller Not gehen. Boah, das war ein tiefer Dab. Wo landen wir? Ah, komm, geh mal runter. Ja. Ich bin immer Ehrenmann, oder? Ja, ganz ab und hier. Ja, wie schön. Ja, lass mich in Ruhe mit deinem Kack. Ja, bomb mich halt voll, hast schon recht. Hast schon recht. Ja. Ja, das stimmt auch wieder. Gut gemacht, ja. Äh, warte mal. Ich muss die Zone. Okay, dann können wir uns das. Ah, korrekt. Wo ist die? Ja, ha, ha, ha. So, mit der Blauen kommen wir hier nicht zurecht. Freut mich. Ich habe eine AK. Ja. Ja, schenke ich dir. Oder hier. Hier los. Gönn dir. So, okay. Jetzt habe ich genug Waffen. Jetzt brauche ich noch eine. Ja, gut. Schenke ich noch mal. Full für mich, oder was? Oder ist es deine? Ja, bitte. Danke. Ok, korrekt, hier, da habe ich gemacht, hast du es gesehen? Ok, wir haben jetzt glaube ich genug Muni, ich habe jetzt genug Muni, also hier brauche ich nichts mehr, noch ein bisschen Material, warum rennt man ja so komisch? So, da sind nochmal so Dinger, ja, komm, hey. So, da, da, aber ich ärgere mich immer noch, dass diese ganzen Windkanäle und das ganze so gezäuft, weg ist. Also, schau mal, wie der läuft, der geht immer hoch. Ist das Coin, 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 Coin? Oh, was machst du da hinten? Ah ja, aber mit der komme ich nicht so richtig, Schatz, danke. Ich habe 786, da schaust du, 786, 786 habe ich. So, da muss ich jetzt die Gegner. Ja, ja, schießt mich ja, passere ich wieder. Komm, gehen wir mal, ja, Gastin, komm. Ja, Waffen braucht jetzt auch keine mehr. Ja, brauchen wir nur noch ein paar Gegner, gell? Ja, ja, komm her. Ach, hab die auch lieb. Ja, ich gehe richtig ab, schon. Das ist schon meine Runde. Deine auch, oder? Ich habe schon 50 Kills oder so. Ich gehe ab, die Harry. Harry Weinfurt. Den kennst du nicht. Der hat damals so eine Show mal moderiert. Wie war das? Was war das denn für eine Show? Auf alle Fälle kommen wir da bestimmt irgendwie Geld verdienen. Aber den haben wir damals dann im Zug getroffen, hier bei uns in Nürnberg. Also bei uns am Bahnhof. Der war dann neben uns gesessen. Da haben wir dann vollgequasselt. Der war, ich keine Ahnung, 11 Jahre alt, glaube ich. Na, ich komm. Ich will auch. Ich bin wieder jemanden vollgepumpt, wie ich sehe. Oh, er hat ja mal einen Kiel geklaut. Oh, was macht die? einmal an der luft habe ich dich genommen in der luft und der hund hatte ich nehme der bild ich da will ich neigen so nix wird gesnipet hier lassen mein sohn in ruhe wir müssen tanzen wo ist denn der roboter komm lass mich mit rein ich will auch tanzen oder sind ja kommt immer darauf ja ich habe den scheiß knopf gerade nicht gefunden zum tanzen ja das war's das war's aber du hast getan hat bei dir gezählt hat bei dir gezählt ja dann ja also geht doch komm her chavalina komm her ja 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 glaubt mal mein kill habt ihr ja recht meiner ja da oben ist auch meiner nein ich war seiner ich war seiner so ups außer sind er umgetreten soll hier und soll jemand wo Wo geht die Action ab? Wo geht die Action ab? Ah, da ist auch einer. So, weg mit dir. So, lass mich saufen. Lass mich saufen, Bruder. Jawohl, hier. Machen wir mal so. Ganz auf safe. Okay, hier ist nichts mehr. Werde ich abgeschossen, werde ich abgeschossen durch. Der hat er hinten bestimmt. Okay, hier ist Punkt. nein ja aber zum aufwärmen ist es wenigstens okay also cool low forest Möchtest du mich saufen? Nein. Achso, du warst es. Haha. Du bist ja Scherzkeks. Wo sind denn die ganzen Gegenachter unten? Ich treffe keinen einzigen. Ich hasse dieses gar. Ja. Komm noch einen. Einen. Tiefer Depp. Hast du einen netten Kill? Gut. Wie viel hast du? Zwölf. Gut. Schau mal. Ah. Okay. Die Runde waren andere besser als wir. 15, 12, 11. Okay. Aber wir sind dabei. Komm noch eine Runde, oder? Wollen noch eine Runde Gruppenkeile? Ich weiß, Gruppenkeile ist nicht die Action wie Duo oder Solo. Aber. Mir fällt es einfach besser. Ja. Ja.